Ich arbeite, wo ich gearbeitet habe, bei meiner Universität, mit vielen Moslems. Die meisten meiner Studenten waren Moslems. Und wenn ich ernst sagen müsste, die waren vorbildlich, die Moslems. Meine Moslems Studenten waren ganz, ganz ernste, tolle, glaubensfeste Menschen, die wirklich versuchen, das Richtige zu tun. Und sie waren gute Menschen. Ich konnte ihnen vertrauen, wie ich fast keinen anderen vertrauen konnte. Und wenn es hart auf hart ging, die waren ständig da. Die, wenn die einen Entschluss gemacht haben, der blieb.